Hi! Ich in meiner Eigenschaft als Liedversionsammler habe noch eine weitere Version des Liedes What shall we do with a drunken sailor gefunden. Und zwar in deutscher Sprache. Das Lied heißt jetzt Was machen wir mit diesem Seemann? Den Text dazu hat geschrieben Peter Bursch und wie sich das Ganze anhört, das hört jetzt von mir. Jetzt geht's los! Was machen wir mit diesem Seemann? Was machen wir mit diesem Seemann? Was machen wir mit diesem Seemann? Was machen wir mit diesem Seemann morgens in der Früh? Hey, oh, die Seegelsetze! Hey, oh, die Seegelsetze! Hey, oh, die Seegelsetze morgens in der Früh! Er kann alles doppelt sehen! Nicht mehr auf den Beinen stehen! Er kann alles doppelt sehen! He, oh, die Seegelsetze! Hey, oh, die Seegelsetze morgens in der Früh! Das Schiffchen geht herauf und runter! 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 Dann kommt es darunter! Das Schiffchen geht herauf und runter! Das Schiffchen geht herauf und runter! Hey ho, die Segelsetze, hey ho, die Segelsetze morgens in der Früh. Speist ihn herunter zu den Fischen, das wird ihn sicherlich erfrischen. Speist ihn herunter zu den Fischen morgens in der Früh. Hey ho, die Segelsetze, hey ho, die Segelsetze, hey ho, die Segelsetze morgens in der Früh. Morgens in der Früh, Morgens in der Früh.